Okay, die letzte Mission, ne? Okay. Das Skitter-Tor. Gut. Bin ich dann mal gespannt. Bisschen weiter links. Ach ja, der Jupp. Schmeiß mit Geld um mich. Die männliche. Männliche Oprah. So. Wollen wir den Superschlag mit dem Speer? Speer? Geh. Hui. Alter, das ist ja nicht weit weg. Okay, also das hier ist das Anfangsgebiet, ne? Also hier sind wir damals geflohen. Wir haben unser Team befreit. Ich glaube, das ist in der Nähe von hier. Irgendwo. Ich denke, dass wir genau dieses Tor auch nochmal sehen werden. Das kann natürlich sein. Ja, hier ist ein Lift. Liftchen, liftchen, du kleines Alte. Liftchen. Das zieht verdammt immer raus. Ah, das ist ein Langbogen. Ja, los, komm runter. Nicht. Eiltrank. Okay, niemand fremd den. Ja, ich will ganz kurz was gucken. So, wir stehen mit dem gleichen. Meine Güte, diese scheiß Fängerratten. War da jetzt wirklich nur ein Trank? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nur ein Trank war. Oh, jetzt auch noch ein Trank? Ah, den haben wir vergessen, den Trank war. Ja, wir haben ja alle einen Trank. Oh, ich habe hier einen Weg. Ich wette, hier ist was. Eine Kiste. Ich habe nicht gelogen. Ja, von mir nichts dran. Ja, das spielt keine Rolle. Es ist eine Kiste da. Alles andere ist zweitrangig. Ich weiß nur nicht, ob das so gut ist für die letzte Map, aber... Werden wir sehen. Insofern es die letzte Map ist. Ich denke aber schon. Wir machen ja mal Ende, ne? Gut. Das ist der Wasserfall des Todes hier. Und da wird schon ziemlich viel da, hier. Die fliegen da so cool rum. Okay. Das sind aber andere Ratten. Weniger hübsch, oder? Nee, Spaß. Okay. Worum, etwas ist der Wasserfall des Todes hier. Oh, du kannst ihn nicht mehr sehen. Du hast es gekriegt? Du hast es gekriegt. Die Würfel. Ich komme ein. Es ist in die Luft geflogen bei mir. Ja. Es ist in die Luft geflogen bei mir. Okay, ich denke, er ist gefallen. Jetzt bin ich gespannt, dass da passiert. Es dreht sich und dreht sich. Oh. Was ? Wir müssen durch? Ok, wir müssen durch. Dann sind wir im Skitter Reich. Ich weiß es nicht. Ich kann es hier nirgert. Ich kann es hier nirgert. Ich schau mit dem Dranglitz einfach rein. Okay, also. Na dann. Wo ist das hell? Wo sind wir jetzt? Boah, ich seh nichts. Ah, da ist ein Portal. Ja. Ach so, die nehmen so Kontakt auf miteinander. Die Scaven und die Chaoskrieger, die nehmen über dieses Portal Kontakt auf. So vereinen sie ihre Truppen. Denk ich mal. Weil das hier sieht mir stark nach Scaven-Gebiet, nach Dings-Gebiet aus. Chaoskrieger. Ja, Chaoskrieger. Ohne Kiste. Leer. Das Maul. Stargate, ja alles klar. Magosch grüßt dich. Das mit dem Bogen ist so geil. Oh, Heildrang. Neh, wie weit. Okay. Gates dark and silent. We need the keys to off. Holy shit. Oha. Yo, kein Problem. Ich laufe so einfach so, la 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 la, und siehst du hinten so, weg. Okay, wir brauchen den Key. Wir kommen nicht mehr zurück. Without Key. Okay. Tchaik. Rät ja echt schnell auf. Entspann dich. Was? Rät ja echt schnell auf. Ja. Ach hier unten. Hier ist noch mal ein schneller Drank. Du auch tschüss. Du auch weg. Wow. Hey weg. Ah Moni. Und ein Drank. Ich will zuerst das ins Playband. Ja ja. Wie sie danach noch rumspritzen. Trink mal einen Drank und dann... Yo. Trink mal einen Drank und nimm den hier vorne dann noch mit. Ja. Amunition, Stash. A lucky shot. That's all. Dieser lucky shot. Da ist auch noch ein Bogen. Jetzt hat er die Potion gebraucht. Hat er den Potion gebraucht. Wow, großer Böser. Ja, ich mache ein Live-Let's-Play. Wo ich hier einfach mal die Story-U spiele und das dann auf YouTube so hochladen. Und auch die Fragen im Chat beantworte. Das ist jetzt aber wieder ziemlich beschissen. Und zwar weil wir... Ja genau, weil jetzt ein Haufen... Au! Genau das meine ich. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Juhu. 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 Kommen noch wieder ein paar Gegner Ja, ich muss nicht heilen Zieht dir fast nichts, das ist ein bisschen ein Problem Jetzt habe ich den Geschwindigkeitsfrank getrunken, oh krass Was trinkst du denn jetzt noch? Ja, ich habe das Spiel nicht bekommen Weil ich es kann Er ist schon tot, ja ich mag ihn trotzdem trinken Ja genau Na gut, spielt eh keine Rolle, ich kann so das nicht brauchen Weil ich halt die Creme allerdings Bei mir trage Ja auf, meinen Fass kaputt zu machen, dass ich ihn ernst halte Ich hätte dich doch zuschlagen Ich werf sie gegen den Kopf Hier ist eine Bombe Eine Bombe? Ja Oh gut Oh, da sind ein paar mehr Ach keine Pfeile mehr Das Ding ist so geil Ja, mega, das ist einfach der Stab Mhm Ja, das ist ein großer, ne? Ja Ja Er ist über so eine Bombe stand, auch nicht schlecht Oh Genau Genau Er hat schnell hin Ja, aber Ja Schön, dass die beiden immer mir hinterher dackern Ja Das Beste ist, wenn sie am Spawn stehen bleiben Mhm Dann wird sie total überrannt Ja Und dann bist du tot Ja 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 Eine Truhe, eine Truhe Nichts drin Oh Eine Weile Trank Eigentlich müssten wir Veteranenstufe langsam hinkriegen Hier ist noch ein Trank Hm Jo, von da hinten Jeder Schuss ein Treffer Ja Ja Karuni ist ab Sie tut uns alle Im Moment Schau es ab, Darlings Geh, welche Ammunition du kannst Nice Hier Oh, hier, Munition Ich renne einfach schon mal weiter Ich will den Ich will den Leskommandant Das will ich mal töten Mhm Weil ich glaube, wir kämpfen hier dann gegen den Rauskriegerkönig oder so Oder Ritter Oder whatever Hier sind noch Tränke Na gut, ich habe hier einen rein Hier ist noch eine Bombe Oh ja Guck mal Ich habe die Grimoire drauf, aber ich bin full live Das ist die 10er Fähigkeit, die ich vorhin freigeschaltet habe Dass ich trotzdem hochhalten kann, bis auf maximal Okay Glaube ich zumindest Würde Sinn machen Ja Ja, ja Ja, sicher Wenn wir den hier nehmen, dann ist Ende Von wo kommt der? Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber Hii Ach, von da Wuaah Yo Ja, aber der funktioniert nach dem gleichen wie der andere Umfallen Ich glaube, dass wir heute echt böse werden können, wenn wir den nicht so schnell fertig gefangen haben Ich glaube, dass wir heute echt böse werden können, wenn wir den nicht so schnell fertig gefangen haben Alter, der hat ja gar keine Zeit, sich zu entwickeln. Habe ich ja Pokémon gesehen, die schneller entwickelt waren. Jantor habe ich hier immer weggemacht. Oh, Heilung. Oh, ich trinke einen Trank. Alles Kimlobs schon wieder. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, diese Scheiß-Forze. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Hauptboss war. Ich glaube, das war so ein Zwischenboss. Ja, das kann gut sein. Weil es stand nur Tor-Wächter. Hier ist noch Heilung. Äh, das muss ich mir selber. Hier ist noch ein schneller Trank. Ach, Kraft-Trank habe ich jetzt. Ich nehme einen Stecke-Trank mit. Ich finde, Stecke-Trank oder das mit der Fähigkeit mehrfach machen, finde ich am besten. Bei dir Feinde, oder was? Ah, ja. Einen Zauberer. Okay, jetzt kommt eine Horde. Okay, Feuerball! Geht immer gut, wenn alles ein bisschen brennt. Oh, danke. Na gut, weiter geht's hoch. Hier drin ist noch ein Heiltrank. Ich habe mich hier hinten noch ganz kurz um. Hier ist noch mal Heilung. Hier muss doch was sein. Ich bin gleich wieder da. Ah, ne Truhe? Das Buch ist ja ne Truhe. Wir müssen da den Berg hoch. Hier oben ne Muni-Kiste. Ja, die bringt mir ja nix. Ich bin nicht auf Munition angewiesen. Ich finde diesen Feuer war so gut. Ehrlich. Fernkampf ist auch witzig. Mit dem Bogen. Ja, auch die Fähigkeit von dir. Einfach zack. Eben, ich hätte auch den Bogenschüssen genommen. Ja, super. Ah, schreie nicht so viel. Ein bisschen Brot. Okay. Ah, hinter dir. Okay, weg. Ich sehe nur noch, wie er runterfällt. Hinter dich, drehe mich um und er fällt runter. Danke, Legolas. Da oben müssen wir hoch. Ach, halt's Maul. Chaos Warrior. Ach, nee. Normal. Ich glaube, wenn wir hier einen Engpass nutzen, dann werden die nicht viel machen können. Obwohl... Naja, passt schon. Aktivieren das. Ihr Tümpel hier. Yo. Ich komme ja sogar aus dem Boden raus. Ne, ne, die sind umgefallen. Ah, okay. Wenn ich diese Explosion mache... Ey, da vorne ist was. Ah, hier. Komm mal. Fehlende Spieler. Außenrum. Nicht drüber springen. Ah. Oh Gott. Ich habe gerade einen Weg. Ah, Sabotage. Jetzt heißt es kaputt machen, ihr. Tak, tak, tak. Weiter. Nichts. Alles klar. Du machst es nicht, weil es nützlich ist, sondern nur, um mich abzufacken. Es hat keinerlei Vorteil, das Ding aus dem Fanclub kaputt zu machen. Null. Gar nicht. 45. Weißt du was, ich nehme jemanden Halt dran, hofft, dass einer von denen... Sehr gut. Zwerg. Sehr gut. Wir müssen hier jetzt zurück. Komm, lass uns zurückgehen. Warte, da ist noch eine Kiste. Eine Kiste, die keine Kiste ist. Wie ich's hasse. All right, der Wind, little one. Los, komm rüber, Decker. Howdy. Los, komm, komm. Komm, ab durchs Tor. Wir haben hier's. Die Bots stehen da noch gemütlich rum. Mhm. Ich wusste es. Was. Du males Geht. Run, go! Run! Oh, schön ist die Bots sind jetzt noch nicht dabei. Ja, das ist uncool. Oh. Versteck dich dann hinter diesen Metall-Teilern, wenn er schießt. Er ballert auf seine eigenen Ratten ab. Ja. Jo. Jo. What the fuck. Super, dass die Bobs nicht dabei sind. Ja. Wachsinn, Schwachsinn. Ohne Fernkampf kann man leider nichts machen. Wird schwierig. Ja, ich komm nicht mal zu dir ran. Ja, ja. Es ist halt einfach, weil wir jetzt nicht vier sind, sondern halt nur zu zweit. Das ist, das ist bad programmiert, hey. Sorry, aber das ist Quatsch. Die stehen noch an der Truhe. Ja. Ja. Ja, die stehen da und machen nichts. Oh mein Gott. Ja. 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 Das Einzige, was ich halt hoffen kann, ist, dass wenn er... ist, wenn er nur mich im Fokus hat, kriege ich halt gar keine Möglichkeit. Möge neue Kreaturen, das ist Quatsch. Und Regner. Vielleicht soll das so, Endboss ohne Bobs, das ist doch Quatsch. Dann haben ja die Leute, die zu viert spielen, eine viel bessere Chance, eine viel größere Chance, Endboss zu töten, als wenn du Solo spielst. Das würde ja den Shitstorm des Lebens geben, wenn ein Spiel alleine zu spielen, viel schwieriger ist, als wenn du in einer Gruppe bist. Beziehungsweise fast unmöglich. Wenn der auf einen fokussiert ist, ist es eigentlich gedacht, dass die anderen zuschlagen. Ja. Dass sie sie auch nicht hinportet, weisst du? Ja, ja. Ah, was für ein Schwachsinn. Nein, Vienna, ganz bestimmt nicht, das ist nicht geplant, das ist einfach ein Spielfehler. Mhm. Und ein ziemlich scheisse, also ein ziemlich beschissener Spielfehler. Weil das ist der Endboss, und wenn im Endboss du die Unterstützung in deiner eigenen Bots nicht mal kriegen kannst, das ist äh... Ne, sorry, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Vielleicht hätten wir auf die warten müssen und die mitnehmen müssen, ne? Äh, die porten ja sonst immer mit. Also, du kannst ja so schnell rennen wie du willst, dann porten sie einfach nach, und jetzt porten sie einfach nicht nach, sondern stehen einfach da wie angewurzelt. Und das ist einfach Quatsch. Das ist ja total Quatsch. Na gut, gleiche Mission nochmal. So Leute, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist mega mad, das ist mega scheisse gemacht von den Herstellern, sowas darf nicht passieren. Das ist etwas, das darf nicht passieren. Das ist ja total. Das ist ja total. Da muss ich auch die Idee sein. Und das ist ja total. Das ist ja total. Hoffen Sie, das ist ja total.